Bist du die ganze Nacht wach, um Loki zu werden? Halt's Maul! Ich werde von diesem Blatt hier ablesen, da ich kein professioneller Interviewer bin. Das klingt nach einer Fernoption. Versaue deinen Nachnamen. Beginne mit einem richtig, richtig schrägen Handschlag. In Ordnung, schön dich zu sehen, Tom. Ich bin der Anthony. Tom, schön dich kennenzulernen, Anthony. Nein, ich möchte das machen. Hi, Tom. Hey. Ian Hickox. Wie lautet dein Nachname? Hickox. Hickox. Ja, okay. Also, du lachst deswegen. Mein Nachname ist verrückter. Hiddleston. Mach dich über seinen Nachnamen lustig. Hat man jemals Kiddleston gesagt? Hat man nie. Hat man wer Kidneystone gesagt? Du bist der Erste. Ging das soweit? Nein, Kidneystone ist echt gut. Ich mag den sogar. Gut, okay. Ja, und dann kitzle seine Handfläche mit deinen Fingern. Warte, halt mal deine Hand so. Und dann... Nett. Würdest du sagen, dass du eher ein Brony, ein Belieber oder ein Twi-Hat bist? Was ist ein Brony? Wer würde im Kampf gewinnen? Loki? Oder Cyborg George Washington? Cyborg George Washington. Er hat Laseraugen. Richtig. Und der war Präsident der Vereinigten Staaten. Und Loki ist bloß unglaublich hübsch. Ähm... Loki ist richtig hübsch. Huste. Huste. Okay, du sind, geht's dir gut? Mir geht's gut. Trink dein Wasser, trink dein Wasser. Äh, trinken wir nicht Wasser? Ja, das ist eine gute Idee. Huste da rein und biete es ihm an. Also... Ja. Bitte, biete es ihm an. Okay. Ähm, tut mir leid, ich meinte nicht meinen Namen. Sorry. Ist in Ordnung. Willst du was? Ja, das ist eine gute Idee. Danke. Oh Gott. Woher kommt das? Sag ihm, du hast Herpes. Du könntest Herpes haben. Du könntest vielleicht... Du hast jetzt vielleicht Herpes. Okay. Ich hatte noch nie Herpes, also... Nun, es ist eine Erfahrung. Ja. Nun, die Leute sagen immer, sei für alles offen. Vor allem mit Herpes. Sprich, sprich den nächsten Satz mit einem, ähm, ähm, einem Südstaaten-Akzent. Wave free your finger, halte ich gerade hoch. Äh... Zur Zeit, ähm, zur Zeit keine. Sag ihm, er liegt falsch. Das ist falsch. Okay. Es ist dein Daumen. Hä, äh, hast du... Ich habe einen Huck gehalten. Hast du ihn nicht gesehen? Du weißt, wenn du verarscht wirst. Kannst du raten, was ein Brony ist? Bros? Nein. Mach äh, falsch. Brony. Nein, äh. Falsch. Brony, Roony, Brony. Nein. Ich, äh, ein Brony. Mach weiter. Äh, äh. Äh, Brony, Bro, 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 Broos. Äh. Ähm, hat das etwas mit, ähm... Äh. Äh, komplett die falsche Antwort. Hahahaha. Frag ihn, wer attraktiver ist. Wer von uns beiden ist heißer? Oh, das ist so, als wenn man fragt, wie, wie, wie das Reden zwischen zwei Kindern hat. Nein, das ist nicht, denn wir sind nicht deine Kinder. Brony, Brony, Honi. Tu so, als hättest du gefurzt und versuch es zu verstecken. Tu so, weh es weg. Brony, Brony. Hinter dir, hinter den Stuhl. Brony, ähm. Geht's dir gut, Mann? Mir geht's gut. Was hast du gemacht, als du in dieser Glaszelle saß? Haben sie dich zum Kackengehen herausgelassen? Wenn er redet, ähm, fass seine Nase an und sagt, bup. Haben sie nicht. Haben sie nicht. Haben sie... Bup. Kannst du einen, äh, einen Freestyle-Rap machen über, über Thor? The Dark Kingdom? Ich geb dir ein Beat vor. Während der Hälfte seines Raps machst du deinen Beat richtig dumm und unpassend. Dies ist die Geschichte über die zwei Jungs von Asuka und an die Spitze gelangt, so schnell wie ein Naska. Frag ihn, ob er eine Ballade singen kann über... Über deine unechten Haare? Ähm, zu, zu welcher Melodie? Was ist deine Lieblingsballade? Die von Titanic. Die, die von Titanic. Okay. Jede Nacht in meinen Träumen vermiss ich dich, erfühl ich dich. Frag ihn, ob er so aussehen kann, wie er auf dem Poster während der nächsten Frage. Kannst du den Gesichtsausdruck machen, den du auf dem Poster machst, während ich dir die nächste Frage stelle? Okay. Ich sehe absolut geistesgestört aus mit diesem Gesicht auf diesem Poster, aber, ja, okay, ich probier's. Okay, ich lache. Würdest du lieber von 20 kakerlakengroßen Bären oder einer bärengroßen Kakerlake vergriffen werden? Was für eine dumme Frage. Erzähl mir ganz langsam, wie du so böse wurdest. Gib vor, einen Orgasmus zu haben. Ich war frech, bewegte mich über dem Halblegalen, ließ die Pferdewache durch, dann die Pferde, wow. Nächste Frage. Tic Tacs. Sag ihm, du tust immer so, als wäre es Schlumpfkacke. Es ist immer gut, Erfrischung dabei zu haben. Ist es nicht. Bei blauen Tic Tacs tue ich immer so, als wäre es Schlumpfkacke. Ja, das ist nicht schlecht. Würf ihn erst in den Mund, würf ihn erst in den Mund, nicht. Nein, 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 nein. Das wäre zu einfach. Ich versuche es in deinen Mund zu werfen. Ist das okay? Ja, ist okay, ist in Ordnung. Okay, bist du mir leid? Unterhand oder Oberhand? Beides ist okay. Okay, wir versuchen unterhand. Wirf übelst daneben. Oh! Komm schon, Mann. Ja. Ja. So wird das gemacht. Boop. Okay, mach es nochmal. Nochmal. Boop. Er soll ein anderes Geräusch machen. Mach ein anderes Geräusch dabei. Mach es nochmal mit einem anderen Geräusch. Bap. Mach, mach weiter mit neuen Geräuschen. Bap. Der Sound war schrecklich. Das Geräusch ist richtig schlecht. Noch ein anderes? Mach es nochmal, nochmal. Hä? Geh rüber und fühl sein Shirt. Welches Material ist das? Rate völlig daneben. Ist das? Warte, 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 warte. Sag es nicht, sag es nicht. Okay. Es ist gerade in Mode. Äh, Cashmere. Nein. Ähm. Ist es nicht, ist es nicht. Nein, dann, dann wäre das Leder. Frag ihn, ob es Leder ist. Ist es Leder? Berühre seinen Adamsapfel. Ist er, ist er echt? Ist er echt? Mein Adamsapfel. Herr, ist er echt? Er ist echt. Beweise, dass er echt ist. Mach ein. Aber er ist echt. Frag ihn, ob er während seiner Antwort so gucken kann wie Natalie Portman. Kannst du so gucken wie Natalie Portman auf diesem Poster? Und diese Frage beantworten? Ähm. Sie hat eine Hand hier. Mal sehen. Okay. Ähm. Nachdem du Loki gespielt hast. Wie habe ich es gemacht? Das war gut. Mami nochmal. Okay, danke. Danke, Mann. Okay. Es war super. Vielen Dank. Danke, Mann. Fass deine Haare an. Fass deine Haare etwas an. Ich, weißt du, ich bin... Hör nicht mit der Umarmung auf. Ich bin gerade auf meinen Zehenspitzenbein. Du so... Danke, Mann. Du bist so groß. Oh Gott, vielen Dank. In Ordnung. Okay. Nun dann. Danke, danke. Verlass den Raum. Okay. Bye. Bye. Okay. Ich war etwas durstig über die Zeit und ähm... Ähm, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich schaue mal auf seine Fragen. Wieso ist Chris Hemsworth solch ein hübscher Mann? Nun. Danke. Danke. Hey, wusstest du, dass du abonnieren kannst? Was für eine dumme Frage. Ich war etwas lнем. Kochbist ist ja CLASS, aber ich bin gespannt. Echt wusstest du, dass du Farfall kannst? Untertitelung des ZDF, 2020